Bei dem Roman Das einzig glückliche Ende einer Liebesgeschichte ist ein Unfall vom brasilianischen Autoren João Paulo Coencha sind einige Sachen schon auf den ersten Blick zumindest eigen. Das ist dieser sehr ungewöhnliche Titel, der Länge her ungewöhnlich, aber auch von der Bedeutung. Das Umschlagbild ist auch nicht das, was wir jeden Tag in irgendwelchen Stapeln sehen. Das setzt sich auch nahtlos im Roman und mit dem Inhalt fort. Der Roman spielt in Tokio in unserer Zeit. Shunsuke, ein junger Mann, wird von seinem sehr dominanten Vater auf Schritt und Tritt beobachtet mit ganz eigenartigen, merkwürdigen Spionagekameras, sogenannte U-Boote. Das ist am Anfang eher alles ein bisschen ominös und noch gar nicht so fass- und greifbar. Dann spitze ich die Situation aber langsam zu, als ich Shunsuke in eine junge Kellnerin verliebt. Auch der Vater begehrt diese junge Frau. Und dann beginnt wirklich die zweite, dritte, vierte, fünfte Ebene dieses Romans nur ein Beispiel. Der Vater hat eine sehr wertvolle Sprechpuppe extra für ihn angefertigt. Der erzählt er die Tagesgeschehnisse genauso, wie er dieser Puppe ganz poetische, romantische Gedichte vorliest. Der Vater ist ein bedeutender Poet Japans. Diese ganze Geschichte, im Grunde sind es ja mehrere Geschichten, sind in eine ganz eigenartige Atmosphäre eingebettet. Das Lesen dieses Romans hat mich in Teilen an den alten Kinofilmen Boazil erinnert. Dauern tropft es irgendwo. Es sind ganz eigenartige Stadtlandschaften zu sehen. Das ist wirklich Lesen für die Sinne. Kino, Kino im Kopf hat mich sehr beeindruckt. Und auch einen ganz eigenen Sound. Das Buch ist von Michael Kegler aus dem brasilianischen Portugiesisch übersetzt worden. Und auch wenn ich der Sprache nicht mächtig bin, aber er hat das wirklich sehr gut gemacht. Man merkt das einfach am Klang des Deutschen. Und das ist eine große Freude. Umso weiter man in diesen Roman eindringt, umso mehr kommt auch die kriminelle B-Ebene, würde ich sie mal ironisch bezeichnen, zuvor und zu Tage. Es geschehen ganz eigenartige Unfälle um die Protagonisten herum. Und so gibt letztendlich genau durch diese Unfälle der Titel ja zumindest auch ein bisschen mehr Sinn. Wer ihn ganz begreifen will, der muss einfach das Buch ganz lesen. Starke Leseempfehlung von mir. Schöpfer im Untertitelung des ZDF, 2020